Das Cochlea-Implantat ist eine Innenohrprothese, die aus einem außen getragenen Sprachprozessor mit eingebautem Mikrofon besteht, in dem der aufgenommene Schall, Musik und Sprache in elektrische Signale umgewandelt werden und über eine implantierbare Komponente und ein daran angeschlossenes Elektrodenkabel in die Hörschnecke und über den Hörnerv an das Gehirn weitergeleitet wird.